Der FC Augsburg zeigt anscheinend Interesse an der Verpflichtung vom ukrainischen Stürmer Artem Dovböck. Und als ich davon mitbekommen habe, habe ich mir direkt gedacht, dazu muss ich ein Video machen. Denn Dovböck ist ein Spieler, den ich jetzt schon ein bisschen länger verfolge. Ich habe ihn ja unter anderem in meinem Video erwähnt, in dem ich für jeden Bundesliga-Klub einen Transfer vorgeschlagen habe. Und habe ihn damals zu meinem Klub, dem SC Freiburg, zugeordnet. Die haben ja Michael Gregoritsch von Augsburg verpflichtet. Und nun möchte Augsburg, deren Stürmer von Freiburg gekauft würde, den Stürmer verpflichten, den ich Freiburg vorgeschlagen habe. Okay, es war ein bisschen verwirrend, aber ich hoffe, ihr habt es verstanden. Zeigt auf jeden Fall, dass ich gewissermaßen den richtigen Spielertyp getroffen habe. Nun aber zu Artem Dovböck selbst. Er ist wie gesagt Stürmer, aktuell 25 Jahre alt. Spielt bei Eskat Nibro. Das ist eine Mannschaft in der Ukraine, also in seiner Heimat. Die spielen auch tatsächlich heute Abend noch in der Europa League Quali. Also da entscheidet sich, ob er Europa League oder Conference League spielt, falls er bleiben würde. Aber ich hoffe mal, er wechselt zu Augsburg. Dovböck wurde letzte Saison Torschützenkönig der abgebrochenen ukrainischen Liga. Da hatte er in 17 Spielen 14 Tore und 5 Vorlagen für seine Mannschaft beigesteuert. Aufgefallen ist er mir bei der Nationalmannschaft von der Ukraine, bei der er eigentlich kein Stammspieler ist, aber in wenigen Kurzeinsätzen auch schon 4 Tore und eine Vorlage vorzuweisen hat. Vor allem, vielleicht erinnert ihr euch an das, ich meine das war das Achtelfinale bei der EM 21, als er das entscheidende Tor kurz vor Ende der Verlängerung erzielt hat per Kopf. Das ist auch der nächste Punkt, denn mit seiner Größe von 1,89 Meter ist er wirklich ein guter Kopfballspieler, aber dennoch auch technisch solide und er hat auch oft das Auge für seinen Mitspieler, falls der dann mal besser positioniert sein sollte. Allerdings ist er vom Typ her schon ein Abschlussspieler, ein Zielspieler vorne drin, der als letzte Station dann letztendlich die Tore machen soll. Gleichzeitig ist er aber auch nicht allzu langsam und ich denke, er wäre für Augsburg mit einem Marktwert von 5 Millionen Euro auch bezahlbar, auch wenn sein Vertrag noch langfristig läuft. Aber ich denke, so für 6 bis 7 Millionen sollte er zu holen sein, wenn nicht sogar weniger. Das soweit also zu seiner Personalie und zu seiner Spielweise. Nun also die Frage, passt er zu Augsburg und das kann ich wie gesagt definitiv mit Ja beantworten, allein vom Spielertipp. Da ist eine Lücke entstanden durch den Abgang von Gregoritsch, der ja durch den Tausch mit Demirovic ersetzt wurde, aber Demirovic ist halt eher ein Spielsteigerstürmer, eher eine zweite Spitze, dessen Stärken eher im Bereich der Vorlagen liegen und auch ansonsten hat man mit Haaren und so weiter auch eher nur Spielsteigestürmer im Kader und jetzt keinen wirklichen Brecher vorne drin, der dann letztendlich die Vorlagen von den anderen Stürmern, die halt eben Spielsteig sind, verwertet. Genau deshalb wäre Dorfbück für mich der geeignete Kandidat. Ich meine, ich bin da ein bisschen befangen, aber ich finde, es passt auf jeden Fall wie die Faust aufs Auge. Er könnte sich hier in der Top 5 Liga beweisen und dann halt dementsprechend weiterentwickeln. Zudem passt es ja auch, dass Augsburg jetzt eher einen ballbesitzlastigen Spielstil entwickeln will. Klar, das dauert noch ein bisschen, aber Enrico Maaßen hat es auf jeden Fall vor und das wird auf jeden Fall zu ihm passen. Augsburg war tatsächlich auch schon mal vor fünf Jahren an ihm interessiert, da ist dann letztendlich eine Verpflichtung nicht zustande gekommen. und damals war er erst 20. Seine Entwicklung hat dann ein bisschen gestockt. Mittlerweile ist er aber auf jeden Fall auf seinem besten Niveau, das er bisher hatte. Und da stellt sich dann natürlich auch die Frage vom Niveau. Klar, er hat in der ukrainischen Liga getroffen, aber kann man das so in die Bundesliga übertragen? Also klar, mit den Zahlen, die er dort hatte, kann man es nicht übertragen, aber ich denke, er würde auf jeden Fall funktionieren. Er hat es auch in der Nationalmannschaft von der Ukraine gezeigt, die bekanntlich auch auf einem richtig hohen Niveau spielt und auch einen schönen Fußball spielt, auch wenn die da an der WM-Quali sehr knapp gescheitert sind. Also mein Fazit, wenn ich Augsburg wäre, würde ich das auf jeden Fall machen. Das ist ein Top-Stürmer, der auf jeden Fall noch Potenzial hat, sich weiterzuentwickeln und mit den richtigen Mitspielern auf jeden Fall seine Tore machen wird. Das soweit also meine Einschätzung zu Artem Dorfböck. Was sagt ihr zu meiner Einschätzung? Seht ihr es anders? Lasst es mich sehr gerne in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst sehr gerne ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal und ciao.